Bist du bereit dafür? Das war knapp. Wie sollen wir da reinkommen? Ja, ich versuch's auf ein. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Okay. Wohin jetzt? Gleich haben wir's. Ich versuch's. Kommt weiter. Mettern wir nach oben. Okay. Wir haben keinen Puls. Du bist dran. Ausfälle zu melden. Hier spricht L9-721-E. Habt sie Glück, der Jedi. Kein Kontakt. Durchhalten! Bekämpft ihn einfach! Ich bin geliefert! Ich habe ein neues Schiff auf den Scannern. Sie haben mehr Feuerkraft als erwartet. Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt. Wir sind bei 70% Integrität. Sinkend. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufständischen zu erledigen. Also, dass das funktioniert hat? Okay. Äh, schon? Meldung, was ist da los? Sie verletzen das imperiale... Kannst du den abschalten? Ergeben Sie sich... Besser. Geh besser. Das sind also die Blaster. Ich bin sicher. Ah! Der ist aus dem Weg. Hey, wer bist du? Jemand, der ein 80-80 ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut verstanden. Machen Sie noch wütender. Damit werden also die Kanonen abgefeuert. Bis zum nächsten Mal. Spannende Musik. Schalten wir sie auf. Wir müssen die Guerillas beschützen. Wir müssen die Guerillas beschützen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020